Herzlich Willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe mit dem Heiligen der Woche. Und das soll in dieser Woche der heilige Godehard sein. Sein Festtag ist der 5. Mai. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Godehard wurde 960 in Reichersdorf bei Niederallteich geboren. Sein Vater, der die Klostergüter verwaltete, schaffte es, seinen begabten Sohn in die dortige Klosterschule zu bringen, ihn dort unterzubringen. Und der Junge sollte das in ihn investierte Vertrauen in jeglicher Hinsicht rechtfertigen. Denn schnell wurde er zum Priester geweiht und 4 Jahre später war er schon Abt in seinem heimatlichen Kloster Niederallteich. Aber wie das schon immer so war, wer in der Kirche aus dem grauen Durchschnitt herausragt, an den werden sehr schnell größere Aufgaben herangetragen. Sogar der Kaiser Heinrich war auf ihn aufmerksam geworden und sorgte für die Versetzung aus Bayern nach Hildesheim, wo er heute noch eine hohe Verehrung genießt. Denn er wurde Nachfolger des dortigen heiligen Bernbart von Hildesheim. Und bis heute noch gibt es neben dem Dom, das größte Gotteshaus in Hildesheim, die Godehard Basilika. Der Mann hatte ein Talent zum Baumeister und hat sich für den Kirchbau seiner Zeit verdient gemacht. Er wusste, die Menschen müssen mit den Sinnen vom Glauben überzeugt werden. Und deshalb setzte er die Kunst in der Kirche systematisch ein. Auch wir hier in Berlin, in der St. Canisius Kirche, setzen stark auf diese Karte. Unser Kirchengebäude hat eine Ausstrahlung. Das wissen wir aus vielen Rückwildungen. Und diese Ausstrahlung erreichen wir auch kirchendistanzierte Menschen. Und wer weiß, wer einmal zu uns kommt, vielleicht kommt der ja wieder. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Kunst vielleicht spirituell veranlagte Menschen. So offenbar auch schon Godehards Kalkulation. Nach Godehard wurde übrigens auch der berühmte St. Gotthard Tunnel benannt, der mitten durch die Schweiz führt. Mit 16,8 Kilometern ist das der viertlängste Tunnel der Welt, glaube ich. Und der größte auf jeden Fall durch die Alpen. Aber es geht nicht nur um Äußerliches. Der Godehard, der wollte dem Glauben auch ein inneres Fundament geben und engagierte sich deshalb für den Ausbau des Schulwesens und der Bildung. Und das war zu einer Zeit, also noch Jahrhunderte, bevor die Schulpflicht eingeführt werden sollte. Auch hier versuchen wir hier und heute dem Heiligen nachzueifern. In der Gemeinde St. Karnisius mit einer, sagen wir mal, intellektuellen Ausrichtung unserer Verkündigung. Sei es in der Kirche hier, sei es am Berliner Kolleg der Jesuiten, dem Karnisius-Kolleg. Es darf nicht so weit kommen, dass wir in unseren Breiten imposante, aber funktionslose Kathedralen herumstehen haben, wie es in Rom am Forum Romanum noch imposante Tempelreste gibt, die von einer untergegangenen Größe zeugen. Es darf nicht so weit kommen, dass wir unseren Nachfahren nur Steine hinterlassen, in denen früher mal der christliche Glaube schwebte und lebte. Es gilt den Glauben selbst weiterzugeben. Und damit es nicht so weit kommt, kann man ruhig auch mal Grenzen überschreiten, wie Godehard es vorgemacht hat, von Bayern nach Norddeutschland und von der Schweiz nach Italien, wenn wir an den Gotthardtunnel denken. Das christliche Abendland konnte nur ein von christlicher Kultur geprägter Kontinent werden, weil Leute wie Godehard die angestammte Heimat, das ist jetzt nicht nur lokal zu verstehen, weil Leute wie Godehard die angestammte Heimat, das Vertraute verließen und einer Neuaufbruch wagten. Den brauchen die Kirchen in unseren Breiten heute mehr denn je. Heiliger Godehard bitte für uns. Ich bete. Allmächtiger Gott, der heilige Godehard hat Spuren hinterlassen. Wir bitten dich um einen Neuaufbruch unserer Kirchen in Europa. Lass uns wie Godehard die heimatliche Idylle verlassen, um zu neuen Ufern und Formen von Kirche zu gelangen. Unsere Kirchengeschichte ist Last und Schatz zugleich. Viele Touristen besuchen Kirchenland auf und Land ab. Lass sie durch die Kunstgegenstände, Gemälde und die Architektur auch zum Glauben selbst gelangen. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Schenke uns kluge Theologen, die den Glauben gut erklären können. Und schenke uns engagierte Christen, die ihn in uns vorleben. Guter Gott, Godehard hat seiner Zeit gut getan. Lass auch uns die Zeichen der Zeit erkennen und deuten, damit der Glaube in Europa eine Zukunft hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hinter mir, der Hintergrund, der wackelt immer etwas, wird dunkler oder heller. Lassen Sie sich davon nicht stören. Uns geht es primär um den Inhalt. Ich darf sie noch einmal segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir und in deinen Leuchten und schenke dir seinen Frieden. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute bis zum nächsten Heiligen der Woche oder eben bis morgen. Und ich sage einmal mehr Tschüss bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020